so damit herzlich willkommen zurück zu let's play red and evil 2 das wird jetzt wahrscheinlich der letzte part sein von red and evil 2 und ja die scheiße werden wir jetzt mal durchziehen wir haben uns jetzt registriert und ich weiß jetzt genau wo ich hingehen muss also sitzt das wird wahrscheinlich der letzte part von der leon cd sein also es gibt noch eine claire version also man kann mit leon und mit claire spielen zuerst spiel ich mit leon danach kommt die claire cd und ja dann wenn wir die krieg werde wenn wir clairs seite durch spielen so was jetzt genau wo ich hingehen muss und vor allem der leon macht sich gerade überhaupt keine sorgen um claire das ist irgendwie ein bisschen komisch nein nein oh kraut 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 grüne kraut super kraut ok äh wie schön wird das weg nein 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 nicht mit mir nicht mit mir gucken wir mal hallo wer ist da da ist niemand ok ja ich möchte hochklettern Ah, ich brauche auch was zu trinken, das ist so unstrengend. Ach, okay. Ach, scheiße, ich hätte was in der Kiste lassen sollen. Apropos, wie wäre es mal, wenn ich Ada mal einen Besuch abstatte? Mal gucken, wie es da geht. Danke. So, auf zurück zu Ada. Ada-Wonk. Oder Honk. Nein. What the fuck? Seit wann sind hier Zombies? Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ich hab's... Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein fucking Gott! Boom! Fuck! Stirb. Fuckin' Shit! Schmott in der Hölle! Oh oh! Alter, wo kommen die auf einmal her? Das ist so... Sind die tot? Dankeschön, dass die tot sind. So, Ada. Ich komme, um dich zu retten. Ada, sind sie da? Ada ist nicht da. Sie hat sich wirklich aus dem Staub gemacht. Ach ja, okay. Ada, Ada, Ada. Sie haben mich enttäuscht. So, den Rest nehme ich, glaube ich, mit. Wow, ich bin wegen einer Sache zurückgekehrt. Obwohl, ich habe nach Ada gesehen und sie ist nicht da. Können wir nichts dagegen machen. Okay, nein, ich möchte nicht zielen. So, wo, 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 wo... Um diese Tür. Yes. Ja, danke. Und damit haben wir jetzt einen Inventarplatz mehr. Fuck. Okay, was liegt da rum? Ernsthaft, noch mehr Magnumpatronen? Da liegt... Ernsthaft, Ersilfespray? Was? Ach, scheiße. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Stöhnen war oder ein Stöhnen. Alter, die können aber ganz schön fehl aushalten. Oh. Oh. Oh, okay. Da muss ich wohl über das härtere Geschütz ausfahren. Boom, bitch. Get out the way. Get out the way. Scheiße, die leben noch. Was ist das denn? Was sind das denn für welche? Die sind ganz schön hartnäckig. Oh. Okay. Und BAM! Und der eine lebt noch, oder was? Wow, der kann aber ganz schön viel aushalten. Komm her. Ich möchte dich sterben sehen. Danke. Ich habe fast keine Pistolenpatronen mehr. Ein Lichtschalter. Ja, klar. Was? Da lebt noch einer. Okay, den Kipper passt jetzt in den Headshot. Und BAM! Und BAM! Ach ja. Eine Mod-Disk. Ah ja, die werden wir noch brauchen. Die werden wir brauchen. Ich bin eigentlich rein theoretisch nur wegen dem Magnum-Patronen und dem Modus gekommen. Die erste Hilfspräder war mit... Die, die, die... Die, die... Die, die... Die, die... Die, die... I know what you're looking for. You came for the G-Virus, didn't you? But you will never take it from me. This is my husband's legacy. Now, where's that spy you were working with earlier? You know who I'm talking about. Was? Du wirst wirklich nichts wissen, hast du? Ha ha ha, du bist so gullible. Sie ist einer von den operativen, die hier durch die Agenheit. Die einzige Grund, warum sie hier kam, ist, um das G-Virus zu erhalten. Das ist eine Lüge! Nein, das ist die Wahrheit. Ich habe das gefunden, als ich eine Nachfolge auf sie gemacht habe. Sie hat es speziell zu John, und wurde seine Freundin, um zu erfahren, über Umbrella zu erfahren. Das kann nicht sein. Ich weiß sie. Ada würde nicht so etwas tun. Wenn du nicht glaubst, dann wirst du das nicht. Du wirst doch auch sterben. Was ist passiert? Boom! Knack out, bitch! Ist sie tot? G-Virus. Oh, ich habe den G-Virus. Schön. Die Selbst-Destrukt-Sequenz hat sich aktiviert. Die Selbst-Destrukt-Sequenz hat sich aktiviert. Diese Sequenz kann nicht abortiert werden. Alle Arbeitnehmer, gehen zur Aufmerksamkeit zur Aufmerksamkeit. Momentchen mal, ich möchte noch was machen. Wartet, uno Momento, Señoritas. Das ist sehr wichtig, was ich jetzt hier machen muss. Neueraldgeräusche Knackus Den Fingerabdruck berücks suffirgt und den Fingerabdruck berät in Ich verstehe nicht. So, okay, das haben wir schon mal gemacht. Das heißt, wir können uns jetzt verpissen. Ist sie wirklich am Arsch? Ist sie tot? Ja, sie ist definitiv tot. Und ja, Leute, Ada ist eine Agentin, das wusste ich schon von Anfang an. Was? Wir sehen uns nicht alle, die die Aufmerksamkeit ist. Leon. Ich habe dich warten, Leon. W-What are you doing? You know what this is about. So just hand over the G-Virus. I don't believe this. Annette was right. About everything. That's why I told you to leave without me. But you wouldn't listen. Now hand it over. Don't make me shoot you. You can't do that. What the fuck? Ah, das stimmt. Ada. Ada. I've got you. Don't give up. She... She's on you. 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 Just... Let me go. Shut up. You're gonna make it. It's... Too late, Leon. We... Both know it. No. I promised you that we would escape. You just have to help me out here. I... I... Really wanted... To escape with me, Leon. Escape from... Everything. Goodbye. Ada! No. No! So... This... That's Ada's weapon. No, there's... I'm not doing that anymore. I'm sorry. Why did she do that? What did she do it? Das ist so getrieben. Oh fuck, Ada. Ada und Leon sind wirklich ein Traumpaar. Jetzt mal ehrlich. Scheiße. Oh mein Gott, die Gefühle kommen immer wieder hoch, wenn ich das sehe. Fuck. Oh nein, die Penner leben noch. Warte mal, seit wann sind hier Zombies? Okay. Pistole. Tut mir leid, ich muss jetzt die kompletten Patoren von ihr wegschießen. Stirb. Alter, der lebt ja noch. euch Die Zombies können ganz schön viel aushalten. Das hat sich auch damals gesagt. 4 Schüsse 4 Schüsse 4 Schüsse 4 Schüsse 4 Schüsse 4 Schüsse 5 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 Schüsse So, die Pistole brauchen wir nicht mehr, die Shotgun brauchen wir, die Modus brauchen wir, die Magne brauchen wir und die Patronen Ansonsten brauchen wir gar nichts mehr, denn jetzt kommt gleich der Fight Los geht es Das wird der Fight Das wird der Shit Sicherheitsdiskette wurde akzeptiert, vielen Dank, bitteschön Und jetzt muss der Timer kommen, oder? Nein, doch nicht Ah, gleich kommt der Timer was ist er für den Fall Steht nicht! Wir sind zu all den Fluss befinden, die Matto die Pistole wurden verabredet Getting to the Pistole Noch nicht! All 5 Minuten bis zur Detonation Ok Und jetzt haben sich die Tür hinter den Tür geschlossen Wenn du den Fluss fertig bist, dann müssen wir bergabreden So, schnell den Aufzug rufen. Oh, ich hab dich vermisst, Süßer. Ich hab dich vermisst. Fuck! Jetzt wird er wütend. Und? Du siehst so verdammt lecker aus. Wusstest du das? Fucking shit. Nimm das Leben! Nimm das Leben! Bitch! Ich hasste den so. Fuck! Nimm das Leben! Danke! Dankeschön! Gott! Dieser Boss ist so anstrengend, jetzt mal ehrlich. Wenn ich Top 10 der härtesten Bösse machen würde, würde ich den hier, was weiß ich, auf dem 5. oder 6. Platz machen, ey. Fuck! Damals hatte ich so oft gegen den verloren, ey, weil ich die Magnum immer anders verwendet hatte und nicht für den. Ich musste immer mit einer Shotgun ihn töten, das hat ziemlich gedauert, bis er gestorben ist. Und ich bin öfters gestorben auch. Oh Gott. Ich spreche ihn. Ah, Attack. Leon! Stay down! Are you okay? Yes, I'm fine. It's over. No. I have to find my brother. You're right. This is just the beginning. Goodbye, Ada. Resident Evil 2 für Leonis Kennedy. Und danach werden wir Claire Redfield machen. Ich finde die damaligen Credits so hammergeil gemacht. Jetzt mal ehrlich. Guckt euch das mal an. Vor allem die Musik durch im Hintergrund. Einfach nur... Genial. Einfach nur genial, finde ich einfach. Resident Evil 2, hammergeil. Resident Evil 1, 2 und 3. Die besten Resident Evil Teile jemals. Die besten Resident Evil Teile sind das, ey. 1, 2 und 3. Die besten von den besten. Die besten von allen Resident Evil Teilen, ey. Geil. Danke für das Spiel. Hammergeil. Ah. So geil das Spiel. So geil das Spiel. Einfach. Großes Applaus. Großes Applaus an die, die das gemacht haben. Geiles Spiel. Sehr geiles Spiel. Meiner Meinung nach Resident Evil 5 und Resident Evil 6 hat zu viel, zu viel Action. Zu viel Action. Das gefällt mir gar nicht. Zu viel Action haben diese Teile einfach. Vor allem noch. Was ist dort für ein Virus? Der C-Virus oder so. Spannungsattack. Überines h песens. Schauen! Der C-Virus oder so. Was ist mit Hausten. UST? Evn 편. Häu! In dem. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018